Hallo Freunde und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Video Phasmophobia. Ihr liebt es alle immer sehr und wir lieben es natürlich auch immer sehr mit euch zusammen Phasmophobia zu spielen. Und heute Leute gibt es endlich mal wieder etwas, was ich schon seit langer Zeit mal wieder spielen wollte und zwar Prison. Ich freue mich sehr, auf Profi geht es rein und ich bin gespannt, ob wir das überleben werden. Viel Spaß. Geil, Leute, wir spielen Prison. Ich habe es mir gewünscht. OMG. Geil, ne? Einfach meinen Wunsch in Erfüllung gegangen. Einfach Prison 1. Welt. Geil. Sehr schön. Ja, was sagst du, Bius, was sagst du zu der Auswahl der Map? Prison ist schlecht, ich mag Prison. Das ist meine lieblich große Map sogar. Ja, ja. Zeit zu Handständen suchen. Oh Mann ey. So, ähm... Box. Prison Profi, ja mal gucken. Habe ich glaube ich noch nie geschafft. Oh, wissen wir wo, wo Temperature ist? Haben wir aufgepasst? Bius beschwört den Geist. Oh. Perfekt. Oh, Salami Pizza einmal bitte. Mit extra Käse. Ach so, das war was anderes. Also ich habe hier Turfisch liegen, Bius. Ich hätte gerne Margarita. Ich guck kurz rein. Das müsste oben lang und groß sein. Das müsste oben in einem Büro sein. Also Kevin kann jetzt von den Experten lernen, ja. Mhm. So nämlich. Ja, genau. Wo ist denn jetzt hier der Strom? Ja, keine Ahnung, ne. Weiß ich nicht, wo der Strom ist. Wir haben alle gut aufgepasst. Okay. Ja, bei Nadine kannst du viel lernen bei Fastball. Da hast du recht, Kevin. Ja. Und das ganz unironisch. Richtig. Braucht ihm also, wenn's hier brennen sollte, ne? Hier, Leute. Also, ich will kurz was sagen. Kevin kann lernen, wie man die Tür auflässt. Was ist der Raum, glaube ich so? Und wie man anderen opfert. Haben wir angemacht. Ey. Was ist hier in dem Raum passiert, Nadine? Was ist dein Statement? Das müsste der Raum sogar sein. Ich mein, ich hab die Wand gesehen. Ja, das ist ja auch. Mein Statement ist, dass Caro lernen muss, dass sie keinen Menschen vertrauen darf und auf sich selbst aufpassen muss. Ja, sie war unter der Familie nicht. Hast du auch geguckt, hab nen Spiegel oder was? Also, hier drin ist ganz sicher nicht. Hier drin ist ganz sicher nicht. View, ich erklär's ganz kurz. Es sind 14 Grad gerade. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary? Das war aber der Raum, äh, Blaze, dir gezeigt. Es ist aber 18 Grad hier, View. Egal, ich hab meine Handstelle drauf. Ja, sie ist safe. Ähm, Leute, ich hab dreimal Bloody Mary gesagt. Wir gehen so aneinander vorbei, ne? Was müsste der Raum sein? Ich hab sie beim Spiegel gesehen. Aber bist du sicher? Hier sind 18 Grad. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, der stirbt. Es gibt jemand, wo ich mich verstecke und Nadine kommt und die Tür auflässt. Das weinte ich gerade. Ja, ich weiß jetzt was. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ach, Bio. Bloody Mary kommt jetzt auch noch. Also. Also auf, ich reg gleich mit dem Menschen. Okay. Is anybody here? Hello? Hello, I'm here to... I have to... Yeah, ähm, hello. Also ich muss hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss checken, ob unsere Geister hier auch sicher aufgehoben sind. Und deswegen wollte ich hier die Survey einmal durchführen. Sie können gerne Feedback geben. Gib uns ein Zeichen. Ah, sie müssen ihnen nah sein, um eine Reaktion zu erhalten. Okay. Also wir waren noch nicht nah am Geist, sonst hätten wir eine Reaktion gehabt. Gib uns ein Zeichen. Tür! Da war ein Zeichen. Hier der Raum. Ja. Guck mal, ne? 4 Grad, 4 Grad. Guck mal, was ich gesagt habe, gib uns ein Zeichen. Okay, und was ist jetzt, wenn ich die Worte dreimal sage? Ich habe ein bisschen Angst, ne? Bin ich ja ernst. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nee, egal. Ich habe Handstellen. Let's go, wir können abfahren. Scheiße, wo geht es hier runter? Ich habe keine Lust. Hier! Ich habe gerade der Hälfte schon dabei. 2. Wo will ich denn abbuchen? Oh. Oh mein Gott. Ich seh auch gern hier. Ich seh dich. Ich seh dich. Jetzt dreht es aber ab hier. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ja, wirst du raus, wenn ich mit dem reden. Okay, ciao. Also wir wünschen dir viel Spaß, ne? Oh mein Gott, Hilfe! Hallo! Ich seh dir. Ich seh dir. Tschüss! Du, ey Box, Box. Box, was geht denn ab in The Club? Ich sag jetzt immer. Aber... Hat er dich instant gekillt? Oh mein Gott, vielleicht kommt das noch. Wer hat gekillt? Der Geist. Hat Kevin direkt gekillt, nachdem er das Wort dreimal, die Wörter dreimal gesagt hat. Aber es war ein Aggressiv... Bloody Mary ist aber ein Gerücht, ne? Das stimmt gar nicht. Ja, aber Kevin hat's getestet. Und da hat's geklappt. Oh, Arbit carry. Äh, äh... Ich find's schade, dass man in Phasmo nicht springen darf, äh, kann. Da... Da schreit der ganze Zeit, dass der Blaze... Ja, der wird bestimmt grad gekillt. Ein bisschen gesnackt. Hatte der Geist Blaze? Was? Ne. Hatte der Geist? Ich weiß es nicht. Komm, ich... 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 Ich weiß nicht, wo ich bin. Er weiß es nicht. Belastend. Nein. Nehmt die Handschellen. Die sind so... Wie so ein Detektor. Wie so ein Detektor. Äh, Herbert, was sagst du dazu? Ey, hier Herbert. Dankeschön. Kannst du dich eigentlich... Das ist dein Statement. Er hat kein Statement. Was haben wir hier noch? Kerze, Räucherstäbchen, aber na klame das. Komm, lauf doch wie das ist. Lauf doch wie das ist. Kannst du hier kurz über den Monitor führen? Ähm... Ah ne, Quatsch. Was hatten wir nochmal? Bist du noch im... Bist du noch drin? Äh, bist du noch drin? Ja, wieder Punkt. Du musst gerade aus, wo du jetzt bist. EMF kann es noch sein. Okay. Du musst nach rechts auf der Seite, aber von dem Gehalt getan. Kann doch alles sein. Also, sieh auf die andere Seite, oder was? Nein, du musst runter... Also, Rest geht jetzt... Also, jetzt nicht durch den Durchschnitt, sondern Rest. Ja, und dann... Nach links... Nein, nein, renne aber weiter. Lauf. Oh mein Gott, Bio sollte echt kein Navigator. Ich merke das schon. Äh... Okay... Äh... 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 Raus gleich. Ah, ich seh's. Danke. Ich dachte, wir wären nach oben. Das war ja jetzt ein Akt. Okay. Boah, das hat mir jetzt... Das gemacht... Das ist echt... Anstrengend. Die Leute werden niemals Geister-Experten. Ja... Also, ich hab... Ähm... Ich hab EMF und... Ähm... Finger. Ich hab ne Taschenlampe. Ich hab ne Taschenlampe. Taschenlampe. Geil, Caro. Erzähl mir mehr. Oh, Kerze. Ich hab auch ne Kerze. Da brauchst du aber auch nem Feuerzeug. Da brauchst du aber ein Feuerzeug. Ja, okay. Ach, hab ich. Ja, hab ich. Doch ich nehme Salz und UV mit. Ihr habt doch schon UV! Nöööööööööööööööööööööööööööööööhöööööööööööööööööööö Job viel Tape besser. Have fun in your life. More pencil blablabla The power correction. Oh my god, der hat es. Warum kommt Nadine nicht rein? Achso, die ist schon drin. Geht dich gar nichts an. Speedhack. Hab wohl zu viel Süß gegessen, ne? Mach das, Christian. Nee, ich hole mir hier, ich muss die Untersuchung fortführen. Nein, wer stirbt. Es stirbt niemand, es stirbt niemand. Welche Sorte denn, Christian? Und hallo, The Sir. Schön, dich zu sehen. Oder zu hören, Herr Gesandt in dem Fall. Hat der irgendwo noch Handschellen hier? Irgendwas noch zum Klauen? Hallo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht denn jetzt? Hier waren, ne, warte mal, hier sind, äh, Finger, glaube ich. Finger, äh... Ich hab, glaube ich, grad Finger gesehen, aber von der Seite ganz komisch. Oh mein Gott, tschüss! Ja, jetzt hat er die Tür angedatscht. Hä, wo seh ich die denn? Ich seh die von der anderen Seite ganz komisch. Ja. Will die jemand? Oh nein! Ich seh nix. Ich muss das mal eben eintragen, hier. Dachte, jetzt kommt voll der krasse Schrei. Ja, aber wir sind ja noch am Leben. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Gibt's irgendwas anderes? Ich hab Angst. Warum gehen wir hier rein? Oh, war auch jemand auf Toilette. Ciao, ich möchte bitte meine Ruhe haben. Verstehe. Hä, warum gehst du jetzt in meine Kabine? Hä, ich war hier zuerst! Nee. Natürlich! Such dir mal ne eigene Kabine, was ist das denn? Hä? Hä? Was geht denn jetzt ab? Was denn? Wie sieht das Geräusch? Das ist Water in Water Park. Oh, erhantet, erhantet, glaube ich. Erhantet, erhantet! Was war das denn für Geräusch? Das war mein Handy, das war immer so cool. Was war das? Die Vibration kickt mal wieder richtig. Die Vibration kickt mal wieder richtig. Alter, was ist das? Was bleibt mit der Türe? Was bleibt mit der Türe? Oh, Nadine, schau. Hm? Es ist geschlossen, hör auf die Türe versuchen zu fahren. Oh, Nadine, schau. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, was hat das auch so? Oh, du, Kao. Oh, nee, ey. Erhantet noch. Oh. Ja, Kao, pscht. Jetzt den wir. Ja... Du kannst rein, Blaze. Ich hab's grad auf der E-Milke einfach ausgemacht. Party's over, Grandpa. Äh, was? Ja. So. Ne, Kao, ich bring dir nochmal bei, wie meine Tür richtig aufmacht. So. Hm? Ich glaub, das sagt... Was ist mit der Kerze? Wir haben Kerze schon vermittelt. Ja, aber ich freu's jetzt nicht, Quellen, wenn ich das sehe. Damit du was siehst. Was gibt's doch aus den Taschenlaster, ne? Ja, nee. Okay, ich hab nochmal ein Photo. Das ist ihm sehr einfach. Ich weiß nur nicht, wie alt der Kaffee ist. Deswegen würd ich den nicht trinken wollen. Oh. Wirst du doch mit dem, äh, während die Geist werden deine Jagd ab? Mit dem Räucher? Äh... Weiß ich nicht. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich gar nicht irgendwie Wasser läuft. Ja, das hab ich angemacht. Ja, wir waren auf Toilette. Wir mussten Pinker, deswegen. Das war mir nicht egal. Glaub ich, Blaze. Ja, okay. Und natürlich, Händewaschen ist immer ganz wichtig. Krus, jetzt kommen wir durchgefressen. Oh. Ja, auch, Christian. Ich glaub mit Tomatensaft. Aber es ist auch so'n, so'n Spruch. Jetzt kommt unsere Lieblingsbeschäftigung mit diesem Räucherstäbchen, ey. Biu ist so egoistisch, ne? Caro, der hat sich erst mal zwei Pillendosen genommen. Ja, Blaze braucht keine. Oh mein Gott. Der chillt da die ganze Zeit alleine und hat noch richtig viel Leben. Was ist denn los? Ähm, wer nimmt Räucher? Habt ihr Räucher? Ja, alles dabei? Ich hab' Fotoapparat. Ja, hier ist kein Foto mehr. Ja, hab' ich. Da liegt ja voll die Verantwortung auf mir. Ja, okay. Ich bin bereit. Ich hab' Fotoapparat. Ja, hier ist kein Foto mehr. Ja, hab' ich. Hä? Da liegt ja voll die Verantwortung auf mir. Ja, okay. Ich bin bereit. Ich bin ja hier Fotograf of the Evening. Carla Kolunda. Ja. Wenn ihr was braucht, ruft mich. Einmal den Spiegel fotografieren, ne? Einmal den Spiegel bitte fotografieren. Ja, aber sicher doch. Fotografieren? Ich mach' ne Nahaufnahme. Du musst einen Knochen jetzt suchen. Ja, Knochen. Blaise, lass' mal Knochen suchen. Ja. Also, Blaise, wenn du hier in der Nähe bist, lass' Knochen suchen. Ach, dann bist du hier. Ja. Blaise, wenn du hier in der Nähe bist, lass' Knochen suchen. Blaise, wenn du hier in der Nähe bist, lass' Knochen suchen. Bloody Mary. Bloody Mary. Okay, ich hab' grad noch mal was nachgeguckt, wegen dem Bloody Marys funktioniert, aber man muss es wohl in einen Spiegel sagen und der Geist muss dort irgendwo aktiv sein. Oh Gott. Oh. Okay, dann let's go to the toilet. Okay. Ach, hier geht's treppen. Hier geht's treppen. Hier geht's treppen. Hier geht's treppen. Leute, warum gehen wir denn jetzt alle hier alone? Hey, Dali, was geht? Na? Oh, die Vorwärtswahl. Wie krank kann man sein Booty ausstrecken? Biuja. Kann das auch in einer einzelnen Zelle sein? Ja, das ist mein Handy. Ich weiß nicht, warum das immer so laut vibriert. Tja, ich hab halt Freunde. Nee, eigentlich ist es Twitch und Instagram. Hast du unten jetzt schon alle Dingens? Hätte sich dann auch erledigt. Wo haben wir ihn denn? Ich muss das mal inspizieren. Hier. Aha. Ich habe genug von Zahnarzt. Ich sage, das war eine 40-Jährige, die gestorben ist. Das ist ein Finger, ne? So höhere im F. Der Hans ist immer. Ja. Okay, ciao. Der kommt nicht mehr rein. In den, also sich in den Zellen verstecken ist echt eine dumme Idee, habe ich letztens gelernt. Ach, wieso? Software ist safe hier. Der geht da einfach rein und tut euch da hinten einfach aufrasen. Ah ja, okay. Okay, ja, Biu möchte sich einfach direkt strangulieren. Ich bringe jetzt hier. Also ich chill hier auf meiner Matratze, ne? Ich kann nicht mehr. Ja, passt ja auch zu dir. Ich würde zwar nicht wissen. Ich habe mich geräuchert. Ey, was ist das denn jetzt hier? Entschuldigung, ich möchte hier bitte auch meine Privatsphäre beim Schlafen, ja? Hier gibt es keine Privatsphäre, ja? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Wenn ich hier die Inspektion fortführen möchte, muss hier Ruhe gegeben sein. Also meine Zuschauer drüben sehen Sie, wie ein Herr mit der Kerze in der Hand am Kacken ist. Also von der Position her sieht das so aus. Okay, goodbye. Kann jemand den Kiefer mitnehmen? Ja, okay. Haben wir den jetzt überhaupt fotografiert? Ja, haben wir. Ich habe den nächsten Tag geguckt, gab den Fotos. Boah, wie er mir nicht vertraut. Doch, du da. Geht's nicht raus, ne? Da kommst du nur zum A-Block, ne? Also zum anderen Block kommst du da hin. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier A sind oder B. Ich glaube A. Zack A. Ich glaube F. Oh, ich glaube oder doch Z. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ha! Ich hatte recht. Ich bleibe ich weg. Aber wir müssen eh nach oben jetzt, ne? Nach oben? Ja, Buch fotografieren oder machen wir es nicht? Machst du ein Buch kurz so fix. Was ist hier denn? Wer hat dir denn die Seife hier rausgelegt? Ach nee, wir müssen doch noch Räucherstäbchen machen. Hab ich ja schon. Ja, den Strom ausgemacht der Arsch. Ja, aber doch nicht richtig. Ja. Hab ich schon. Oh, er hans jetzt. Er hans jetzt. Hans! Alter, was ist halt das denn während hier? Geh duschen. Nein! Nein! Geh, ich bin jetzt erst nach dem Vorsicht. Der Toilet. Der Toilet. Hallo? Nein, ist nicht vorbei, ist nicht. Jetzt. Alter, die war die ganze Zeit bei uns im Raum. Also, ich hab schon gesagt, die ist in der Dusche seitdem. Und dachte auch goodbye mit uns, ja. Christian, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Mann, ey. Ja, was ist ja jetzt mit Räucherstäbchen? Ja, ich hab verkackt, ich kann nichts mehr machen. Ja, wie you, ne? Was geht ab in so ein Club? Sind die oben? Seid ihr im Raum? Ihr müsst noch Räucherstäbchen machen. Oh, guck mal, die Angsthasen. Boah, ich mach die Kacke nicht. Bei mir ist es nur noch Verpackung der Räucherstäbchen. Boah, Angsthasen. Angsthase, Pfeffernase. Morgen kommt der Osterhase. Boah, ich dachte gerade, nee. Und das wäre so witzig gewesen. Ich hab ja drauf gehofft, ne? Cool. Ja, das war doch mal ne fixe Nummer hier. Hallo, Christian, hallo. Ja, was ist hier mit Räucherstäbchen jetzt? Das wird nicht mehr gemacht, weil es zu buggy ist. Ja, das ist so verpackt mit den Räuchern. Aber Leute, es war ja mal richtig erfolgreich. Aber warte, dann muss ich noch ein paar Bilder von euch machen. Was machen? Warte mal eben. Alle mal lächeln. Lächeln. Hi. Schön. Okay, wir können. Okay. Foto von den Geistern. Äh, Profis. Nicht Idioten, wollte ich sagen. Ich mach's hier so, ey. Blaze. Oh, du shit, Blaze. Blaze. Habt ihr alles? Hä, manchmal. Warum, worauf? Wieso bin ich nicht auf dem Bild? Ich hab die mitfotografiert. Ich bin da nicht drauf. Hä, natürlich, du bist so richtig... Wissen Sie doch, Mann, sich selbst sieht man nicht. Sich selbst sieht man halt nicht, deswegen. Echt jetzt? Bei mir bin ich halt nicht drauf. Bei Blaze ist der Blaze nicht drauf. Ja, richtig. Hä, aber weil wir auch Geister sind, oder was? Ja, genau. Keine Ahnung, man selbst sieht sich nicht. Man sieht sich auch selber nie im Spiegel, wenn dir das noch nicht aufgefahren ist. Ja, aber da sehe ich nie jemanden. Ja, aber da sieht andere auch nicht. Doch, ich hab Bio schon mal im Spiegel gesehen. Uhu, echt krass. Ja, obwohl sich mal der Runde dabei war. Das ist kein Schönern. Okay, habt ihr alle eingetragen. Hallo, die Beihauze. Let's go. Let's go. Let's go. So, es war ein, äh, Shiritaki, Guys. Ah ja. Ja, let's go. Ab mit dem Foltergeist. Let's go. Alter. Ach, schade. Ich wollte es rausbacken. Oh, Herbert. Oh. Oh, Herbert ist wieder da. Oh, Nautina. 300 Tacken. Kann man mal machen. Ja, Leute, ich würde behaupten, es war eine super erfolgreiche Runde. Ging auch eigentlich ja relativ schnell. Sogar, obwohl ich das Bloody Mary Mysterium getestet habe. Vielleicht muss ich es nochmal vom Spiegel testen. Werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, weil es wäre schon irgendwie witzig, wenn es klappen würde. Ja, ihr Lieben, ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, sollen wir auch nochmal Prison mit Albtraum testen? Oder meint ihr, das ist fast gar nicht zu schaffen? Dann könnt ihr den Part aber auch gerne einen Daumen nach oben geben. So zeigt ihr uns auch immer, dass ihr neue Fasmo-Videos sehen wollt. Ihr könnt uns aber auch super gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. So verpasst ihr sowieso kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr dann mal zusammen mit uns Fasmo-Fasemia spielen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!